Kommt schon, 17 und 4 ist mein Vergnügen. Daddy braucht mal wieder ein paar neue Schuhe. Gib mir jetzt bitte bloß nicht zwei Sechser, Baby. Yeah, oh yeah, Kinder kommt an meine Brust. Das Spiel ist meine Leidenschaft. Du musst dir zu jeder einzelnen Karte deinen Senf geben. Es ist nur ein Schritt von der Verwunderung zur Verärgerung, nicht wahr, wisse? Na los, halte die Klappe und setz. Wer hat noch nicht gesetzt? Du, Alf. Ja, richtig. Gehst du mit, Neil? Was ist denn das Limit? Fünf Dollar, genauso wie vor einer halben Stunde. Okay, jetzt mach dir bloß nicht ins Hemd. Ich eröffne mit einem Viertel Dollar. Ich gehe mit. Ich auch. Da gehe ich aber auch mit. Klar, warum nicht? Tja, das haut mich jetzt raus. Aber du hast die Runde doch eröffnet. Mit deinen nervigen Spielregeln verdirbst du einem den ganzen Spaß. Will jemand noch Karten? Ähm, nee, nee, ich behalte die, die ich hab. Ich nehme zwei. Eine, bitte. Würdest du, bitte, würdest du nicht dauernd in meine Karten reinlinsen? Dann halte sie mir doch nicht dauernd unter die Nase. Ich möchte zwei. Der Geber nimmt drei. Das klingt gut. Ich nehme dasselbe. Du hast doch schon gesagt, dass du keine willst. Es ist zu spät. Aber da wusste ich ja auch noch nicht, was Wilhelm so auf der Hand hat. Ohne mich. Was war das Limit noch gleich? Fünf Dollar. Tja, in diesem Falle setze ich 50, nein, 35 Cent. Gut, bei 35 Cent gehe ich mit und ich erhöhe um einen Dollar. Ich passe. Ja, ich auch. Oh, die ziehen alle den Schwanz ein. Gut geblufft ist halb gewonnen. Also beim Dollar gehe ich mit und ich erhöhe außerdem auf... Wie war das Limit? War nur ein Witz. Versteht ihr keinen Spaß? Ähm, Willi, mein Freund, gehst du mit? Wohin? Ich meine, ja, sicher. Ach komm doch, Onkel Neil, geh mit. Der weiß doch nicht, was er tut. Sei nur nicht blöd, Neil. Steig aus. Niemand spielt so idiotisch, ohne einen Plan zu haben. Glaub mir, einen Plan hat er nicht. Okay, bei vier gehe ich mit und erhöhe um fünf. Was hältst du davon, Großmaul? Danke. Dann lass mal sehen, Neil. Drei Königinnen. Und was hast du? Immerhin genug Krips, nicht mein eigenes Geld zu verspielen. Neun Blättchen, fünf rote Karten und alle mit einem Bildchen drauf. Tschüeller Drei acesso Zwei